1.000 Kilometer in one charge. Wir wollten die perfekte Form, welche Werten wir hatten. Und da spielt die Aerodynamik die zentrale Rolle. Aber im Endeffekt sollte es das perfekte Produkt sein. Und ich hoffe, wir haben es geschafft. Der EQXX war die größte Herausforderung, die wir jemals hatten. Bis jetzt bestand das Fahrzeug nur auf dem Papier oder in Daten. Doch wir sind dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug Realität wird. Even the best battery or the most efficient aerodynamic shape does not reach a goal alone. So we need the lightweight in our design. Inspired by nature growing processes, we use a brand new and unique development method. We call it Bionicast. The software tool combination creates parts shapes a human could never have designed. It looks like naturally grown. We come to similar results like in nature. To be lighter, faster or more precise. Jedes Kram ist wertvoll. Deshalb hatten wir auch noch eine andere Idee. Die Mittelkonsole. Die wir aus recycelten Haushaltsabfällen herstellen. Auf dem Sitz finden wir mehrere Leder-Alternativen. Zum Beispiel Dessertex. Das Basismaterial besteht aus Kaktus. Und Milo. Ein Material, das der Wurzelstruktur eines Pilzes nachgeahmt ist. Ja, wie kann man Gewicht spannen im Interieur? Die Instrumententafel zum Beispiel. Wir haben sie einfach weggelassen. Wir haben sie dematerialisiert. Wir haben diese riesige Schmerzen, die von A zu A-pillern. Aber die Leder-Age-Display consumes viel Energie. Ist das wirklich Energie-efficient? Well, die Trick ist, Sie switchen die Lichts auf. Die Blacks sind eigentlich Black. No Energie ist eigentlich being used. Du, als der Diver, hast du Erfahrung. Aber was du kannst, ist, du kannst nicht weit nach der Straße. Die Car sieht die Routen, die Topologie, aber die Car also fühlt die Elemente. Das ist der erste Fahrzeug, das wir immer gebaut haben, das hat Sensors, um zu erkennen, wie hart das Wind blöde. Es erholt Energie aus dem Sonnen durch das Solarpanel und recuperiert, und regeneriert seine Batterie. Ich meine, wir können nicht mehr effizienter werden, als das. Manchmal ist der Wind dein Freund. Es bewegt dich. Das Auto kommuniziert zu dir, wenn es die Zeit ist, um deinen Fuß aus dem Pedal zu nehmen und einfach zu fliegen. Im BQXX erlebt der Fahrer Ruhe. Die Fahrer kommuniziert mit dem Fahrer in unterschiedliche Weise. In der Sitzung bekommt man haptische Feedback. Es gibt Ihnen Signale, wir haben Audio, nah an die Augen, die nur der Fahrer hören können. Wenn man und die Maschine zusammenarbeitet, können sie sich empfehlen. All das Know-how, all die Fähigkeiten, die wir in den letzten Jahrzehnten gesammelt haben, kommen hier in ein Auto. Es ist nicht all-known. Es ist kein Home-Run. Es ist kein Home-Run. Wir müssen bis zum letzten Sekunden pushen. Das ist die Wissenschafts-Proof. Aber es geht außerhalb. Die EQXX wird die Mensch und die Maschine zu schreiben. Bei dem Auto ist es uns ganz gut gelungen. Bei dem Auto ist es uns ganz gut gelungen. Wo ist der Tempelung? Bei dem Auto ist auch nichts. Ja, wir müssen uns gleich darum hierher. Und dann haben wir alles, die in denραberaten. Sie sind zugrunde die Trumps. Die Tür ist nicht ganz gut gelungen. Vielen Dank.